So, ich habe als Ziel eingegeben die Kapelle, Haugarten, ca. 182 Meter von da und am Display anhand der roten Pfeile zu erkennen, schauen wir mal wie genau das ist, ich gehe auf die Menültaste, bin mit dem Kompass und gebe ganz einfach hier jetzt den betätigten gewünschten Kurs und gehe jetzt einfach den Pfeil nach. Hier unten die Entfernung, 173 Meter und 72 Meter wird das immer weniger und jetzt schauen wir uns einmal an was passiert, wenn ich in die total falsche Richtung gehe. Na ja, der schlagt relativ schnell um und ich drehe mich quasi wieder so, wie ich richtig gehe und gehe einfach dieser Nadel nach, bis ich zum Punkt komme. Wie gesagt, das Ding ist absolut bettensicher und einfach zu betätigen.